Der Sendemast, der ist doch bestimmt besetzt, oder? Wir landen erstmal bei dem Sendemast, von da aus können wir sowieso viel besser nach oben ziehen, nach unten ziehen, okay? Ja, okay. Das sind aber nur so Stromdinger. Nee, nee, das ist ein Sendemast, 100%. Ach hier, ja. Ich hab einen. Yo, ein Sniper. Ich kann schwecksnipen, oder du gehst ran. Ich snipe weg. Tango ist tot. Hier von da oben, wir gebe ich mich nämlich auf die Kante und gebe dir von oben Deckung. Jo. Kann dir sein, der ist noch einer, ich mach mal eins, ja. Vorpuss. Ein kleines, ein kleines Häuschen. Ich bin nicht hier runter, gell. Zwei A. Ich lege mal hier eine Mine, falls sich einer von hinten nähert. Okay, genau. Lass mich hier eine Mine legen. Unten scheint keiner zu sein bei dem Fertigkeitspunkt. Okay. Ich pack die Drohne aus. Hier ist ein Wunderkohl, Leute. Oh ja. Das ist das Ziel da drüben. Ich sehe einen dritten. Mit der Nachtsicht ziehst du echt gar nichts, ey. Krass, hier hab ich alle übersehen. Ziel Nummer 5. Ich hab schon im Fangglas geguckt. Der wird die noch nicht. Muss jetzt mal mit der Drohne ein Stück drüber greifen. Oh fuck, von hier komm ich nicht rein ins Lager. Hier ist ein riesen Zaun. Das ist kein Zugang. Von wo? Warte, ich guck mal, wo du bist. Äh. Da ist ein Zaun. Ich sehe es. Aber du kannst dich von drüber runterrutschen lassen, ne? Ja. Das ist ein bisschen krass. Okay, kannst du die unten sehen? Warte. Nein. Muss näher ran. Dann muss ich erstmal über die scheiß Straße gehen. Ah, jetzt bin ich hinter dir. Ah, okay. Da ist der Mörser, unten ist auch einer. Ah, da sind zwei. Ja. Lass mich mal hier runter sinken. Ich klein mal den da hinten ab, gell? Warte, warte, warte. Deine Waffe wird gehört, alter. Die ist nicht so silent, wie sie gerne wäre, ey. Ja, eigentlich schon. Ja, versuch's. Gerne. Okay. Hab ihn. Okay. Da hinten läuft er irgendwie in die Richtung. Die knall ich dann auch ab. Mach du den, mach du den neben dir. Ich hoffe, die hören mich nicht, ey. Sobald er den entdeckt, knall ich den ab. Ein Drecksack weniger. Okay, ich hol den hier hinten jetzt. Okay, da hinten hätte es noch abknallen können, neben dem Auto. Nee, da haut meine Reichweite nicht hin. Und meine Schalle ist leider nicht so gut. Ja, ich mein mit deinem Snipergewehr. Ja, ich bin aber hier unten. Ja, deswegen jetzt zu spät. Aber egal, der hat, glaub ich, ein Fangglas. Oh, der hat ein Fangglas. Kriegst du die zwei da links? Die hier unter dem Dach? Ja. Äh, warte. Ja, oder? Warte. Du nimmst den, ich nehm den anderen. Ich nehm die zwei, okay? Nee, sag wenn. Drei, zwei, eins. Warte, warte. Ziel eliminiert. Okay, sehr gut. Jo. Der hat grad sich so rübergeschwenkt, dass ich den Kopf nicht mehr gesehen hab. Jetzt mach ich den da hinten, gell. Den krieg ich. Okay, na. Gut aus. Ich loote mal. Jetzt müsste eigentlich die Einschüsse aussehen. Oh, der hat voll einen im Hinterkopf. Voll hart, der oberen. Einen im Kreuz und einen im Hinterkopf. Ne, ich seh die uns verrecken nicht, ey. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Vielleicht, die sind ganz, einfach nur klein und rot. Ne, ich seh wirklich gar nichts. Da versteh ich's nicht. Ja. Hier drin ist auf jeden Fall ein Waffen-Metal. Ich hab doch hier... Die hab ich geknallt. Muss ich mal gucken, ob ich bei dem sehe. Fertigkeitspunkte. Hier drin ist einer auf jeden Fall. Ah, die sind schon wieder verschont. Okay, ich hol mal einen Fertigkeitspunkt. Ja, ich guck mal bei den nächsten, die ich abgeknallt hab, ob ich da wenigstens was sehe. Hier ist auch einer direkt über dem Ohr. Ja, sieht schon cool aus. Ich glaub, das liegt schon dran, dass wenn du die abknallst, siehst du das. Ne, ne, ich seh ja deine auch. Echt ja. Da ist ein zweiter Tanker. Ah, ne, ey, was der Scheiß soll. Hier kommt ein Wachmann hoch. Hier kommt ein Wachmann hoch. Ja. Hier hab ich noch einen, den hol ich weg. Tango getroffen. Den Typ hier unten, knall ich auch weg. Jo. Und jetzt den da hinten. Alle weg. Okay, sehr gut. Wir haben einen neuen Hubschrauber. Wenn wir wollen. Fährst du mit dem Jeep rum? Mit dem Auto? Ne. Fährt einer, fährt ein Auto rum? Das war eine Zifter offenbar. Ah, okay, jo. Oder ne, es war ein Gebell. Ah, ja, okay. Okay, hier sind auch Cross-Motorräder. Oh, die kommen wir an, ja. Oh, die kommen wir an, ja. Mehrere unbekannte Orte hier. Wenn wir einmal in Puyo ist, dieses Ding. Wenn wir da rein wollen. Entweder mit dem Heddy. Ah, den haben wir jetzt nicht mehr, gell. Ne. Guck mal. Warte. Ja. Machen, liebe Lang. Guck mal. Ja. Wo bist du? Neben dir, Mann. Achso, ja, scheiße. Voll die Drecksmöhre. Kannst du da mitfahren? Ne, jetzt kannst du aber nur allein auf dem Motorrad fahren. Ne, weiß ich nicht. Das sind doch zwei, wo ich sage. Okay. Ich fahre das Motorrad. Voll die Dorfgang. Woo. Vielleicht hier noch was zum Wackrinden. Nämlich mit fette Tankstelle. Zwei von der Fangstelle. Das Schlüsselloch. Ich bring meine Schlüsselloch mit. Ja, genau. Boah, hier kommt ein Convoi. Hier kommt ein Convoi. Wollen wir mal versuchen, den hinterher zu legen? Warte, ich versuch's mal mit C4. Okay. Die Sprengladung ist scharf. In Autoabstand, gell. Du musst es nur hinkriegen und die... C4 Position. Und die Dings erwischen die Fahrer. Ja. Den Fahrer von diesem Ding oder was? Von dem Hauptwagen. Ja. Warte, ne, das ist... Von da wirst du nicht treffen. Du musst ihn irgendwie von vorne erwischen. Jo. Okay, ich geh hier hin. Guck mal, ob der hier überhaupt ankommt. Und der fährt bei uns lang. Herzlichen Glückwunsch. Okay, jetzt kommt er auch relativ schnell. Ich versuch's mal. Ja. Ich nehm's genau in der Mitte. Warte, der Wagen geht klein hoch. Du bist direkt neben der Bombe. Ich schieß jetzt. Warte, ne, ne, ne. Los, schnell plündern, bevor er sich auflöpft, bevor er explodiert. Hey, plündern, plündern, plündern. Hinten dran, hinten dran. Ich hab's schon. Weg. Weg, weg, weg. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt... Ne, ich glaub, wir haben wieder nur die Hälfte gekriegt. 1450. Nein, haben wir nicht. 2500 wär's gewesen. Ja. Aber mal hin, gell? Jo. War ein guter Zugriff. Du hast nur den letzten Wagen weggesprengt. 1A, aber leider ist mir ein Moped dabei draufgegangen. Ah. Hier ist was. Ne, nehmen das Auto. Nationale Sicherheit. Schau. Ein schöner Dreckswagen. Okay, ich fahre. Jo. Boah, ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen. Äh. Ich steig ja aus. Ich fahr dir mit dem Motorrad hinterher. Hier ist so eine Art Dorf. Ich bin hier Mäuschen, gell? Jo, ich bin hier auch. Ich mach mal einen großen Scan. Ach, hier ist noch ein... Skillpunkt. Ich bin hier. Ups. Was? Hier fahrt so ein Unidad. Da kommt Unidad. Ah, wir warten mal noch. Die quatschen nur. Ich scanne mal die umliegenden Gebäude Ja Ich sehe den Typen, ja Checkpoint Noch ein Checkpoint, hoffentlich Checkpoints Okay, wollen wir uns um diesen Unidat-Fuzzi kümmern? Ja, würd ich sagen Jetzt sind ja auch noch mehr irgendwo in der Nähe Ich hole ihn mal weg, he? Jo, mach Oh, er verhandelt gerade mit ihm Und klack Wo war's das? Alles umsonst, ganze Gelagung Okay, warte, ich Oh, hier ist ein Priester, der macht gerade eine Messe Ja, Schuh Keiner hört ihn zu, Alter, was ist denn das? Der ist ja auch hart Hä, ist er auf einmal verschwunden? Ich glaube, der hat die Drohne gesehen Gleich in die Flucht geschlagen Du kannst auch über die Glühbirne ausschießen, gell? So, da wirst du weniger gespottet Ja Wie bei Metro Okay, ich hol mir den Hast du schon den Skillpunkt? Äh, jawohl, nee Nee, hab ich nicht, scheiße Ich bin hier rum, danke So bin ich Genau Fertigkeitspunkte Okay, jetzt habe ich schon wieder ein paar Fertigkeitspunkte 30 Fertigkeiten Ah, 4 Stück, okay Geborene Anführer Effizienzsteigerung um 8% Mehr Ressourcen gibt's hier wohl nicht, oder was? Nee Ach, dieses hier Zieldauer ist auch totaler Schwachsinn, oder? Ich glaube auch, gell Ja Okay So Okay Ich verstecke mich mal hier oben im Haus Oh, ihr pennt alle Ich komme auch wieder raus Warte, warte So, jetzt würde ich mal diese komische Hauptmission hier So ein Ding klauen So einen komischen Versorgungstruck Okay Okay Hier, ich fahre Jeep Ausgebremst Mit meiner Zimmer Ah, falsch abgebogen Das ist so Orkade, Alter Hier, Licht aus Tschüss Müsste auch noch Polizei geben Checkpoint, fahr durch Oh ja Hab ich gar nichts mitgekriegt Ist ja viel schneller als ich Okay Okay, ich warte mal Scheiß Steig Scheiß Aber ja, mach ich jetzt auch Du bist damit vorbeigefahren, du Lab Nee, hier Achso Ich dachte, du warst vor mir Okay Du siehst doch Aber Hier ist ein Zift, oder was? Warte, warte Warte Frage Die Strip-Mucke. Was ist das hier für ein Mess? Wollen wir hier schon? Okoro-Basis. Eigentlich waren wir hier auch nicht so. Doch, das haben wir schon gemacht. Hier haben wir schon gemacht, erinnere ich mich an diesen komischen... Wir waren aber noch gar nicht in dem Gebiet. Na, wir sind aber nun mal hier rüber übers Wasser und haben die gemacht. Achso, ah ok. Na stimmt, da kann ich auch noch dunkelste Kamera benennen. Da fahren wir nicht lang, alter. Gut, das war noch richtig der Weg. Na gut, genieß die Fahrt. Na gut, genieß die Fahrt. Ja, voll schön harsch. Total. Ganz schön. Ja. Genau. Ja. Oh, cool. Wolle ich wie eine Schalbauer waren. Top 20. Top 10. Top alles. Oh. Oh. Ist ausgestiegen, Alter. Da wollte ich jetzt magisch maßnehmen. Wart wohl nix. Wart wohl natschen die Linie rum? Soll die Völkerwanderung. Okay, jetzt sollten wir mal langsam einsteigen, ja? Ah, 400 Meter. Kannst doch ein Stück fahren. Okay. Ja, das sieht mir aber nach einer Basis aus. Okay, dann jetzt raus. Ja, stimmt. Da geht's schon los. Jetzt wird's auch wieder hell. Okay, ich mach mal Drohne. Ich pack die Drohne aus. Ich pack die Drohne aus. Da oben ist schon auf jeden Fall schon mal ein Turret. Oh, Unidad. Zweites Ziel da drüben. Ich sehe das Paket. Holen wir es uns. Ich sehe einen dritten. Kampfvorposten. Kampfvorposten. Unidad. Oh, krass. Krass, krass, krass. Ich scanne mal die Scheiße hier. Haben sie auch ein Hospital. Was sagt die Aufklärung? Oh, shit. Jetzt was los, alter. Stehen die den medizinischen Versorgungs-Truck? Oh, Gott. Mörser. Noch ein Tango. Es sind jetzt zehn. Ja, vielleicht müssen wir die gar nicht alle killen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Die müsste man fahren mit dem Truck. Ach, wir müssen einmal im Kreis fahren. Ne, wir können auch einfach zurücksetzen, oder? Dann fliegen wir mit dem Ding... Fliegen mit dem Ding einen Berg runter, oder was? Ne, die Straße. Der Kreis und dann die... Achso, weil das so komisch unterbrochen ist. Ne, deswegen. Ich wollte einfach mit dem Truck rückwärts fahren. Achso, da geht es einen Berg runter. Ach, scheiße. Also, ich würde erstmal den... Ja, ja. Ich mache mich mal ein Stück vor. Ich würde zuerst mal den Sniper oben killen und mich da oben platzieren. Jetzt kann es ja gleich schon zu Ende sein. Ich nehme den Sniper, gell? Jo, ich ziele auch mal vorsichtshalber mit drauf. Okay. Abschluss bestätigt. Ich weiß nur nicht, wie wir da verfickt nochmal hochkommen wollen. Ich will ja die Straße lang. Ne, ne, die Straße gehe ich auf keinen Fall lang, Alter. Das ist Base, das ist total bescheuert, wenn wir die Straße lang laufen. Das ist ja das, wo die die ganze Zeit hinklotzen. Okay. Vielleicht... Oh, Gewitter, das ist gut. Ja, Hörn sind nämlich schlechter. Meinst du? Ja, ist so. Ich habe auch gesagt, bei Regen ist die Geräuschscheiße da überreduziert. Da ist zum Beispiel einer. Unidad. Hm. Rein theoretisch, wir könnten bestimmt den Truck auch klauen und rausfahren. Naja. Ähm. Weil hier kämpfen heißt... Kannst du den da wegsnipen, der da auf der Straße läuft? Oh. Ja, kann ich. Soll ich mal, ja. Ja. Und... Tschüss. Der Tango ist hin. Ja, aber wir kommen nicht anders in die Base rein, weil hier drum herum kannst du nicht laufen. Kommst du nicht hoch? Das ist zu hoch, denke ich mal. Denke ich ja. Oder vielleicht auch diese Seiten, vielleicht ist das sogar extra wie ein Weg. Ich weiß es nicht. Hat die Aufklärung da draußen Sicarius gefunden? Ich habe nochmal das Gebäude direkt daneben gescannt. Da ist definitiv keiner. Der Impfstoff muss schnellstmöglich... Aber hier muss irgendwo... Also rein in den Laden, den Laster kapern und nichts wie weg. Verstanden. Hier muss irgendwo ein verfickter Stromkasten sein. Da ist hier aber kein Stromkasten. Die Drohne fliegt. Also ich wäre dafür... Da ist irgendwo ein Radar-Ding. Ja, der Flugabwehr, ja. Bestimmt, oder? Ach ne, da ist nichts dran. Ne, das ist nur so ein Radar. Keine Ahnung. Hat keinen Zweck. Entgegen allen Dingen versuche ich jetzt hier hochzuklettern. Ne, keine Chance. Ja. Wenn wir irgendwo einen Unidad-Laster klauen könnten, könnten wir uns vielleicht auch in die Base reinbewegen. Na ja, ich weiß ja nicht. Könnten wir da hochfahren und den stehlen? Das ging vielleicht bei Just Cause, aber... Hier glaube ich nicht. Da oben den Sniper muss noch mal ausschalten. Oh ja, das sind aber so Ziele, Alter. Das ist echt nicht ohne. Na gut, 100 Meter, klar, mach ich. Polisch, gell? Jo. Tango getroffen. Verdächtig? What the fuck? Wäre cool, vielleicht hat uns einer gehört. Da müssen wir liegen. Aber wenn jetzt einer hinläuft, um die Leiche zu untersuchen, muss man intervenieren. Wir müssen ein Stück zurück vor allen Dingen. Hier kommen sie. Okay, ich fall zurück. Na gut, nee, warte. Noch ist nichts. Nichts verdächtig. Ah ja, gut. Cool. Hier kommt einer angelatscht. G36 hat einen davon. Kann ich schieben. Kann ich abknallen. Kann ich. Kann den sein aber. Nee, ich muss ihn noch ein Stück laufen lassen. Weil direkt über ihm ist einer mit dem Tanklas. Jo. Den sollte ich zuerst wegholen. Wo bist denn du? Vorne bei dem Bunker. Ah, geil. Dann bleib mal da. Das ist eine gute Position. Hier ist unten einer. Warte, warte. Tango ist durch. Ich hole den jetzt hier. Ja, das ist auch ein guter Plan. Hast du ihn? Jo. Ah, hier ist auch ein Eingang. In die Base. Ah, okay. Hier oben ist einer. Okay. Vorsicht. Direkt über uns. Direkt über uns. Jo. Ah, okay. Ich leg mich mal hierher. Und lass noch mal Drohne spielen hier. So, jetzt scanne ich mal das Haus. Ich hab eigentlich auch noch mal geguckt. Also war nichts mehr. Ah, da war. Das ist auch keiner. Da ist so ein... Tango 10. Oh, krass. Hier oben können wir nicht abknallen. Die werden auf jeden Fall gespottet. Das ist eine hässliche Sache. Also wenn wir einmal hier wären... Die Straße ist auf jeden Fall voll mit Unidata. Also. Und sollte dann Action... Wenn wir in der Nähe von dem Truck sind, gell? Mhm. Und es geht los. Dann hau ich auf, ähm, auf die ganze Truppe Mörser drauf. Jo. Und dann sehen wir zu, dass wir zu dem Truck kommen und machen so ein... Oh, hier. Ich kann einen wegholen. Der ist grad hier schön vorne am Rand. Okay. Hol ich weg, gell? Jo. Tango getroffen. Sehr gut. Ich kriech mal ran. Ja. Ich bin hinter dir und geb dir Deckung. Also 9,1 sind es noch. Knie ruhig. Das ist okay. Okay. Wir können jetzt erstmal hier keinen weiter abknallen, gell? Ja. Ja, die sind alle ziemlich nah beieinander. Ich weiß. Da seh ich auch ziemlich viele. Boah, die kommen angelatscht. Mach bloß vorsichtig, ja. Jo. Boah, der eine ist auf den Weg hier rüber. Ich liege. Der sieht mich nicht. Soll ich ihn abknähe? Boah, da drüben ist noch einer in deinem Haus. Shit. Ich lass den mal ein Stück laufen, dann knall ich ihn ab, gell, wenn der hier reingeht. Mach's. Mach's einfach. Okay. Sehr schön. Okay. Ich geh hier in das Haus. Sehr gut. Boah, die sind echt krass ausgerüstet. Da müsste irgendwas zum Plündern sein. Hier nicht. Doch, da, da vorhin. Ach nee, da unten ist das, wo der Typ ist. Ja, ist egal. Ist da erstmal echt wurscht. Aber ey, immer wenn ich ziele, zeigt der mir an, wo die Ressource ist, gell? Wenn ich Zielen rausnehme, dann verschwindet dieses grüne Feld. Wo der lila Punkt jetzt ist bei dem Haus. Ziel du mal, ob du dann auch das grüne Ding siehst. Ja, ich hab's grad gesehen. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Ja. Geh mal hier hoch in den Turm und scanne von da aus, gell? Ja, okay. Ich bleib hier hinten liegen. Hey, ich platziere ne Mine. Okay. Hab mal meinen Platz hinter mir vermied. Unten kommt wieder einer angelatscht. Helikopter kommt, also bleib in Deckung. Jo. Da unten der latscht. Oh, der könnte die Leise vielleicht entdecken. Ich bin die Drohne. Na, wenn er vorbeikommt, machst du das? Nee, er geht ins Haus. Achso. Er geht nur nicht ins Haus. Meins? Nee. Naja, doch, ich glaube noch. Sag mal, wenn der in mein Haus geht. Soll ich den abknallen? Unbedingt. Okay, hab ich. Jo, der wollte grad hochlatschen. Also, der war auf dem Weg dahinten. Ich hab den nächsten. Verdächtig? Ja, nee, ich hab den, der grad verdächtig gemacht hat. Okay. Geht's ja weg. Alles cool. Ich scanne mal hier im Haus. Ich hol mal die Ressource. Ah, es könnte sein, dass... Hier drin ist die Ressource. Hab ich grad reingeguckt mit der Drohne. Ah ja, jetzt auch. Immer wenn ich gezielt hab, ist das Ding aufgeblinkt, Alter. Ja, ja. Okay. Kannst ja voll... Hier ist die Kantine. Okay. Oh, hier ist ne Zivilistin drin. Ah. Köchin. Sexsklave. Ja. Genau. Ein bolivianischer Sexsklave. Oh, da gibt es auch noch einer von der Uni. Oh, shit. Hier sind noch ein paar. Hat die Aufklärung da draußen Sicarius gefunden? Okay. Oh, fuck. Ich werd entdeckt. Von? Ich wüsste es nicht. Oh, da war in dem scheiß Haus, Alter. Ja, und? Ich haß ihn ja. Der war noch im Haus. Ja, aber wir sind entdeckt. Die kämpfen. Knallt sie alle ab. Wir müssen uns durch kämpfen. Warte. Ich hol Verstärkung. Okay, sehr gut. Ich mach den Schalldämpfer ab. Ich hau den Mörser weg, gell? Jo. Unbedingt. Geh in Deckung. Es sind zwei Mörser übrigens. Hinten links ist irgendwo auch noch einer. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay, ich bin in Deckung. Mörser ist verlegt. Unidad-Patrouille alarmiert. Von hinten links hat auch noch irgendwie einer geschossen. Okay, wir müssen uns langsam reinbewegen. Schieß auf den. Sehr gut. Jetzt kriegen gleich Verstärkung. Okay, ich hab von uns Verstärkung gerufen. Jetzt kommen welche. Soll ich den Wagen holen? Ich bin dabei. Warte, ich komm mit. Mach Schalle ab von deinem Gewehr. Auf jeden Fall. Ja, hab ich schon. Oben. Oh, ja. Okay. Okay. Da kommt ihr zum Wagen. Das weiß ich nicht. Der wird uns wahrscheinlich das Versauen mit dem Truck abhauen. Aber wir müssen auf jeden Fall machen, bevor Hubschrauber kommen. Also bis jetzt haben wir erst ein so ein Entdeckungsding. Tango ist tot. Okay. Patrouille. Die Linie gelegt. Ah, wir haben es geschafft. Alle tot. Sehr gut. Ich hab grad noch eine Ablenkung. Schalt einfach wieder drauf. Okay. Keiner von den Pistern ist hier erschienen. Die haben sich nicht alle verfahren oder was? Ah, ne. Da ist einer. Einer, Alter. So, warte. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas looten können, wenn wir schon einmal hier sind, ne? Jo. Knallhart, Alter. Jo, aber ging gut. Ja, der im Haus, da hab ich wieder 20 Mal gescannt, Alter. Ich hab da dreimal den Scanner rübergeworfen, gell? Ja, der hat jedes Mal über 2 Minuten Cooldown. Dreimal den Scanner, weil ich's geahnt hab, Alter. Hier hab ich was. Vielleicht ist der auch wieder da gespawnt, wißt du wie? Ja, naja, sicher. Deswegen, ja. Ja, voll dünn, ey. Du kannst hier einen abbrechen, wie du willst. Aber hier ist auch noch was. Stell dir mal vor, Alter. Ghost-Mode hier. Fuck you, ey. Ey, wieso kann ich das nicht einsammeln? Das ist doch eigentlich auch so. Hab ich schon. Ne, siehst du, auf der Karte hab ich gerade genommen. Ah. Da hat es nicht mehr markiert. So. Soll ich den Hubschrauber neben ein bisschen Deckung geben? Äh, kannst du machen. Jo. Gute Idee. Katari hier, Nomad. Wir haben dein Paket. Wir liefern es jetzt ab. Ich hoffe, die Mine löst nicht aus, wenn ich damit rüberfahre. Ja, das ist natürlich, das ist ne Frage. Eine zu schnelle Kurve umsetzt. Schon klar. Wir sind vorsichtig. Nomad Ende. Muss ich jetzt vorsichtig fahren. Ja, wenn ich zu schnell um die Kurve fahre, dann... Ich fahr jetzt über meine... Ah! Minen drüber! Oh, warte, ich komme. Die Karre hat zum Glück überlebt, ey. Einsatz fehlgeschlagen. Fahrzeug zerstört. Oh, Gott. Meine eigene Mine wird von mir ausgelöst, alter. Fuck. Wir hätten es nicht machen sollen, ey. Sag grad noch, jetzt fahr ich über meine eigene... Ja. Scheiß, ich hab's gesehen, ey. Fuck. Tja, das wär Ghost Mode, das wär's gewesen jetzt. Ja. Und alles nochmal, gell? Jo, na. Ja. Ja, müssen wir aber genauso angehen, wie eben. Das war gut. Okay. So klappt. Jo. Very, very uncool. Das war jetzt dumm, über die Mine zu fahren, ey. Wir hätten es echt... Naja, nee, hätte ich nicht. Aber ich kam in die Kurve. Ich hab schon gebrenzt. Und, wißt du wie? Hä, ist die Basis jetzt leer? Nee. Da oben steht schon der Typ. Ich wollte ja gar nicht drüber fahren. Ich sehe den Sniper. Ach doch, ja. Jo. Ich sag noch... Oh, jetzt fahr ich über meine eigene... Und, damn. Also nicht, dass du denkst, ich hab... Mit Absicht passiert. Ich sehe eine montierte Waffe. Super. Mörser. Jetzt haben wir leider Tag. Warte. Was sagt die Aufklärung? Tango 5. Drei Mann, Alter. Drei Mann entdeckt er jetzt hier. Oh, ja. Ähm. Ähm. Es sind jetzt zehn. Sehen noch im Haus, Alter. Ich kann nur nicht markieren. Das ist eine Militärzone. Der Spaz ist vorbei. Einer ist auf jeden Fall noch in diesem Ameria. Einer ist hier vorne. Ich knall ihn ab, gell? Ja, kannst du machen. Ich kann es auch machen. Hab ihn. Was liebt eben so gut, ey. Ja. Naja, ich hab die Mine gelegt, Alter. Und hab sie natürlich auch nochmal selber ausgelöst. Sowas behindert ist, ey. Hier ist auch noch einer. Ich erkenne eine kleine Gruppe Freunde. Ah. Ah. Okay. Hol ich weg, ja? Jo. Ziel eliminiert. Okay. Okay. Hier unten haben wir jetzt ziemlich viele stehen, gell? Ja. Es ist scheiße verteilt. Da ist der andere Typ. der dich übrigens vorhin gesehen hat. Macht 15 Tangos. Ja. Okay, gehen wir wieder von der Seite rein, gell? Ja, das lief gut. Oha, da oben. Scheiße. Komm in Deckung. Ohja. Den kann ich nicht killen. Ne, dann sehen sie uns sofort. Dann fliegen wir sofort auf. Also hier uns durchkämpfen um diesen Truss. Ich mach's weiter. Hier unten ist es auch. Ja, ich hab das Gefühl, gell? Ich muss auf jeden Fall wieder auf diesen Turm dahin. Von da aus konnte ich echt gut Deckung geben. Wie bist du da hingekommen? Na, ich bin einfach hingelaufen. Also hier außenrum oder durch? Ja, außenrum. Ja, okay. Da sind echt viele hier unten diesmal. Ja. Ziemlich. Okay, ich nehm Knifte und ich folge dir. Ja, krass. Es ist richtig verschärft diesmal. Ich hab ne Wache hier oben. 77 Meter. Ja, das kann's doch gar nicht. Zwei sind in dem Haus drin. Warte, ich schleif mich lang. Okay. Du brauchst mir ja nicht unbedingt, du brauchst mir nicht folgen. Wenn ich in dem Haus bin, geb ich da eh Deckung. Ich bleib hier. Ich bleib hier. Okay, hab ihn. Fuck. Oh, oben hat mich fast einer entdeckt. Bleib cool. Bleib cool. Bleib cool. Jetzt kommt noch einer. Oh, der steht da oben auf dem Vorsprung. Ja, da hab ich dir doch gesagt, den kann man nicht abknallen, weil der wird dann gesehen von den anderen. Oh, jetzt kommen sie alle, Alter. Aber noch ist nicht verdächtig. Ich hau hier mal ab. Ich hoffe, der sieht den jetzt nicht. Jo. Sonst muss ich ihn schnell abknallen. Nee, warte. Warte, warte. Bin auch noch da. Jetzt hab ich keine Sicht mehr auf ihn. Ich gleich. Ziel eliminiert. Okay. Oh, fuck. Von da hinten kommt noch einer. Oh, shit. Der läuft aber in das Haus rein. Oder? Nee. Der geht vorbei. Ja, der geht nach hinten. Kannst du eigentlich auch holen. Genau. Hab ich. Ich glaub, der im Haus hat jetzt irgendwas gepeilt, oder? Nein, hat er nicht. Da oben ist einer. Der blinkt so komisch. Der blinkt so komisch, die in seinen Zeichen. Ah ne, jetzt hat er es wieder beruhigt. Nee, wenn der Sicht auf dich hat, dann wird's hell. Und wenn es keine Sicht auf dich hat, ist es dunkel. Ah, okay. Dieses Dreieck, falls du das meinst. Na, ich mein, was über dem seinen Kopf ist, quasi, dieses Symbol. Lass mich hier eine Mine legen. Dieses lila, dieses lila Häkchen. Ja, ja. Das wird hell, wenn er dich sehen kann. Also wenn er sich... Wenn das blinkt, was heißt das? Ja, wenn das blinkt, dann sieht er und sieht dich nicht immer abwechselnd. Weißt du toll, warum? Okay, ich kann hier oben... Ich bin genauso schlau wie vorher. Aber... Nee, ist aber so. Gau. Scheiße, den Typ da oben ist mir erstmal killen, der da auf dem Stein steht. Ja, mach ich jetzt. Ja, mach ich jetzt. Achtung. Ich muss aufpassen, weil der Schuss durchgeht und hinter ihm war ein Sprengfass. Also... Ey, weißt du, wie viele Leute noch da oben sind? Das können wir gar nicht zeigen. Denk an den Penner hier unten. Der kommt jetzt rausgelaufen. Ja, oh, der kommt gerade... Ich versteck mich erstmal. Verdächtig. Ich klein ab, okay? Versuch's, ja. Okay. Jetzt kommt die ganze Truppe hier runtergelaufen. Hm, na, das geht nach hinten los. Macht sich schon mal bereit, alles wegzubohren. Ja, mach ich. Mach ich, mach ich. Er geht weg. Müssen wir das jetzt neu plündern? Nein, plündern müssen wir nichts. Okay. Ich gehe hier unten rein. Er kommt aufs Häuschen zugelaufen. Warte, ich warte noch, weil hinter ihm ist noch einer auf der Straße. Ja. Der ihn sehen kann. Ich bin sicherheitshalber auch da. Genau hinter der Kiste, Alter. Sehr gut. Okay, hinter weg. Dein anderer Homie, jetzt... Gucken, dass wieder kein Haus ist, ey. Durch den Zaun ist ins Gebüsch gefallen. Ja, voll. Wie gewollt. Okay, naja, aber es sind trotzdem noch gut viele. Was ist mit dem da in dem Haus drin? Siehst du den? Nee, ich könnte euch das Haus durchschießen, aber es ist so riskant. Ja, das ist... Oh. Das ist mir nicht. Ich mach mal die Treppe hier hoch. Glaubt, der kommt jetzt rausgelaufen. Äh... Den ab zu klein ist auch riskant. Ja, der Mörser ist gesetzt. Nee, die Treppe scheiße. Ja, der Mörser, den musst du dann unbedingt schnell ausschalten, wenn sie kack am Dampfen ist. Das mach ich. Soll ich mich mal reinbewegen? Ja, mach das. Ich geh hier links zu dem Haus, wo der Typ drin ist. Ich nehm jetzt den Schaller ab. Na lass dich lieber dran. Weil wir sind doch noch so mal silent. Ja, da hab ich aber kaum Durchschlagskraft, ey. Da hinten läuft er jetzt. Du kannst mich auch nicht mehr silent supporten, wenn du den ab hast. Okay. Ja, ich versuch's mal. Da vorne konnte ich den nicht killen. Den Mörser da hinten mit dem Schuss. Okay. Das zweimal... Hat den zwar getroffen, aber zu wenig Schaden einfach. Aber halt, dann sind wir sofort aufgeflogen. Ich weiß nicht, ob wir sofort aufgeflogen sind. Vielleicht bist du auch zu weit weg, dass die dich hören. Ich weiß es nicht. Ich würd's eigentlich auch nicht drauf anlegen. Ah, hier hinten vier Mann bei den anderen, ey. Die kann ich nicht killen. Na gut, ich glaub, es geht jetzt eher ab. Also kannst du noch abmachen. Warte, einer kommt hier rum. Den kann ich vielleicht noch killen. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall harten Zugriff machen, weil die sind ja alle nebeneinander. Ich versuch den Mörser mal auszuschalten. Jetzt kommt er nachgelaufen. Zu dir kommt er ab. Ah, okay, warte, den kill ich. Los, ich kill den da hinten, okay? Jaja. Okay, hab ich. Den Mörser kann ich auch erwischen. Soll ich? Was? Äh, ja, versuch's. Hast du denn? Warte, warte jetzt nicht. Einen hab ich da vorne, aber es sind zwei. Einer ist... Also der hier... Jetzt ver... Gejagt, scheiße. Der, ne, hätte sie killen müssen. Okay, Marco, ich schalte einfach ab. Es geht los. Ja, sehr gut. Und sie hören mich nicht, Alter. Über 100 Meter. Die Schussfliegen auf jeden Fall graber. Noch ein. Noch ein. Sieht gut aus. Meiner ist es noch. Bist du sicher? Ja, hinten bei dem Haus. Oh, wir sind wieder nicht mehr gejagt. Krass. Warte, 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 warte. Beim Haus, ja. In dem Haus drinnen, also in diesem Sanitätshaus. Alles klar. Kann ich nichts machen, sonst hätt ich den Mother-Swipe auf ihm abgesetzt. Ja, den hol ich. Ja. Ich hol den. Okay. Sehr gut, Alter. Ohne Alarm auszulösen. Diesmal ohne Mine zu legen. Ich... Guck mal noch kurz, bevor wir den Truck klauen, guck noch mal kurz hier oben. Ja. Ob hier auf dem Haus irgendwas ist, was wir vielleicht nicht wissen. Manchmal ist es ja so, der abgelegenste Ort... Was hat denn er eigentlich? MSR? Ich muss das Scharfschützengewehr. Ja, die haben ja auch R5RGP, keine Ahnung was das ist. Ja, die haben wir glaube ich auch, aber die können wir nicht modden. Okay, du kannst wieder Hubschrauber nehmen. Ja. Warte, ist hier noch irgendwo eine Munitionskiste? Warte, ich muss wahrscheinlich in die Munitionskiste. Katari, hier Nomad. Wir haben dein Paket. Wir liefern es jetzt ab. Bravo, mein Freund. Fahrt vorsichtig. Die Glasambude mit dem Impfstoff sind sehr zerbrechlich. Eine zu schnelle Kurve und... Schon klar. Wir sind vorsichtig. Nomad Ende. Der ist ja ernst, ey. Wir fahren auch nicht über uns Reignelmin. Ich fliege. Ja, diesmal nicht. Diesmal hoffentlich nicht. Ich versuch's in Deckung zu geben, wenn die Kacke am Dampfen ist, aber... Ja, ja. Ich muss auch nichts garantieren. Nee. Ich steig schon mal ein Stück voraus. Hast du gut gemacht, Alter. Ist voll nice die Typenwecke. Ja, Heide. Ja, mehr als... Mehr als einmal, ey. Okay, hier ist alles rein. Die Luft ist rein. Ja, der Schuss war krass. Ich hab nur seinen halben Kopf gesehen. Auf 180 Meter. Und da ist er auch noch voll getroffen. Den am Mörser, ja. Ja. Den da stand hinten. Ja, die wollten den dann schon wieder bemannen, ey. Oh, da kommt ein feindliches Auto. Soll ich's abknallen? Nee, nee. Die sehlen mich nicht. Oh, und dann so eine Serpentine hier runter. Ach, so ein Lamborghini. Also ist keiner mit M.G. drauf. Die sehlen mich ja auch nicht, wenn ich in dem Auto sitze. Das ist relativ... Vielleicht fährt er gerade aus. Macht er auch... Oh, Bitch. Hau ab, Oma, Alter. Voll überwalzt. Mitten auf der Straße. Nee, nee, hab ich eigentlich nicht. Ah, nee, nee. Sie läuft noch. Ich seh's grad. Kein Ramm, ey. Sonst geht seine Scheiß-Ampullen kaputt. Jaja, ich versuch's. Ich kann jetzt hier nicht 1,8 Kilometer nehmen. Pissern den Dialog. 1,1. Überhol mal. Wie in real life. Jetzt ist wirklich Schluss. Kommt jetzt was entgegen, kommt ihr gleich. Okay. Oh, er ist voll abgedrängt. Oh, nice. Geil. Das ist ein bisschen krass, Alter. Das kann gut schief gehen. Au. Ja, ist nicht mehr weit. Hier kannst du rechts reinfahren, glaub ich, auf diesem Feldweg. Nee, nee. Hör auf. Ich fahr um die Straße. Du wärst aber lang gekommen, dann links und dann... Ah, obwohl, nee, das ist... Aber das mit den Kisten, das ist... Aber das mit den Kisten, das ist... Nee, das ist scheiße. Das ist... Der... Ich hab immer das Gefühl, der kommt rum. Da kommt dann auch so ein Fluss, da kommst du nicht drüber. Ich wär nach hinten losgegangen. Gut. Obwohl, im Ernstfall hätten wir's riskieren müssen. Also, jetzt weißt du es, gell? Mit Fahrzeugen kannst du deine eigenen Minen auslösen. Ja. Für Fuß nicht. Obwohl es ja logisch wär. Ja. Ja. Obwohl es eigentlich... Ah, keine Ahnung. Sehr undurschaubar. Was machst du jetzt? Ah, ich wollt hier abbiegen, Alter. Ich seh doch nix. Ich kann keine Insicht machen. Der Truck, der versperrt hier locker ein Drittel von meinem ganzen Sichtfeld, ey. Jetzt bist du aber da. Ja, ja. Aber ich seh ja keine Zäune vor mir. Ich muss die Kamera immer so machen, dass ich direkt drauf gucke auf das Auto, damit ich sehe, was davor passiert. Dann kann ich aber nicht nach vorne gucken, wisst ihr? Ja. Ich bin scheiße. Okay, Mann. Eine Mission noch, dann kann man killen. Ich stehe eure Schuld. Der Impfstoff wird Leben retten. Toll. Okay. Okay. Das war mal eine absolut vertrefflich sauber gemachte Mission hier. Jo. Ich guck mal kurz auf unsere Specials hier. Wir müssen mal irgendwie wieder ein Depot mit Nahrungsmitteln klauen. Ja. Ja, ne. Aber ich hab noch 14.000. Ja, das ist eigentlich nicht. Treuen beim Freien schießen. Ja. Machen. Colonial- und Auto-Vachtsgeräusche. Umissionskapazität. Mach' ich hier mal fuhren. Fahrzeug-Zerstörung. Bath VidlarPRF. Und ohneotwerfer. So schlimm up den damm только, claseGhästen, LXV手. Right, man muss jetzt die LZЧ stoshima und superficies swear. Da kann es ja auch so Handzeichen geben. Am Markierungsbereich wollte ich hoch machen, aber das reicht noch nicht. Hier, Blendgranate. Ich schalte die Blendgranate frei. Ja, eher in der Vorführung, Alter, schmeißt er auf einen auf freiem Feld stehenden Typen eine Blendgranate, um hinzurennen und ihn so umzuhauen. Was für ein sinnloser Scheiß, weil er hat zwei gedämpfte Pistole in der Hand, Alter. Das ist ja geil. Ihr habt euch einen extra Urlaubstag verdient. Ich kann ihre Angst riechen. Ähm, ja gut.